Was ist Legasthenie? Legasthenie, das ist ein Thema in Vorarlbergschulen. Circa 3-8% der Kinder sind Legasthenekinder, das heißt, sie haben einfach Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens oder Schreibens. Das sind aber keine lernschwachen Kinder, sondern das sind Kinder, die einfach andersrum denken. Es gibt an den Schulen Förderstunden für Legastheniekinder. Die Stunden sind aber wesentlich zu knapp. Das hört man sowohl von den Direktorinnen der Schulen und man hört es auch von den Eltern. Und so sind Eltern gezwungen, privat Legastheniestunden zu nehmen. Eine Legastheniestunde kostet 40, 50, sogar bis zu 60 Euro. Das sind immense Ausgaben, die Eltern privat tätigen müssen, um ihr Kind zu unterstützen. Wir von der SPÖ sind der Meinung, das kann nicht Sache der Eltern sein. Und das kann auch nicht Sache sein, dass sich Eltern, die mehr verdienen oder einkommensstärker sind, ihre Kinder besser unterstützen können. Wir fordern daher, dass die Ressourcen zur Legasthenieförderung an den Schulen in Vorarlberg verstärkt werden. Dann gibt es noch ein paar Sachen. Vielen Dank.